angeblich gesagt die erste operation die man noch nicht noch keine operation auf anspruchsvoll abgeschlossen sonst hätten wir schon den höheren schwierigkeit gerade eine operation also zwei sachen hier wenn wir so wir müssen ja mal zwei missionen machen jetzt beim ersten mal klappt dann doch einfach erneut ab und erneut 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 get good stop sucking get good da können wir aber nicht direkt angegriffen werden ich ja schon weiß dass da sauren ich weiß nicht was es ist aber es macht mir angst das hat meinen gerne man müsse dann solltet dann gehen wir auf der blaue erst mal was auch immer ist ich hört gegner ich sehe nichts in dem blöden licht auf die hatten schild und wir sind dann wahrscheinlich so haben wir uns satelliten sendeturm lokalisieren wir müssen dinger kaputt machen einfach nur anmeldung erfreulich wir stehen einfach nur dampf die standard von der folge kampfbreite da kann es aber weiter schießen ist auch 100 prozent hier keine ahnung die standard oder an dem felsen so kampf bereits wo sind die räume war das geschossen in der luft oder ja hier muss ich darf als eine fabrik ich weiß es nicht motionsdepot zerstören auf rechten seite das meine ich nicht wo du sind da drin ja ich habe ich so nicht kollege wir sagen jetzt ich mache lieber kaputt nein das ist auch schon tot ich muss den grad den bingern mein gott was kommt mir schon wieder alles er stellt hier einfach so durch irgendwie müssen wir noch mehr kaputt machen ja für euch das mal legen mein garter kann zum ausmächeln ich sehe mich ich bin an so einem geschützgeraden da sind auch gegner draußen noch weiter damit ich bin auch nicht ich bin ja hier unten ich muss ja weg ich bin ich 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 das orbital schlag das gezeichnet mann gar doch gar nicht mehr da manchmal ist er droht und da passiert einfach nicht weil wir auch spritzen und ich versuche mal wer ich habe nichts gemacht ich bin wir gerade irgendwas zum einstecken hier die tonia leute in kisten verbrachten doch hier ja extreme kälte auch 30 minuten für die mission ja danke rober aber ja genau der warum fröster der normalen so keine granaten nein na ja sagt da hinten ich habe schon mal die fabrik kaputt machen okay dass sie gut aus okay wie hat das nicht getroffen denn die fabrik ist kaputt aber irgendwann anders ist da noch nicht nur ein genau da wo deine sachen sind aber der bürger kippen naja links sind doch gar keine gegner mit der laufer rechten seite aber ich war aber auch jeweils nicht so schießt man den dingen ich habe irgendwann abgeschossen ich habe dadurch nicht also wo wow meine gute weiß er denn war ich vielleicht tot ich bin mir sicher wenn wir da reingehen könnten irgendwo keine bewegung wo seid ihr jetzt niemand hier hat geräumt ich weiß immer noch ganz viele dinge aussehen die habe ich auch schon mal drauf geschossen habe ich auch schon mal habe ich in der ersten basis auch so ein ding gefunden habe ich auch noch geschossen hat nicht so ein richtig dickes gebiet gehen so hast du diesen hast du diesen großen schlag noch weil er sieht dahinten sehr gut platziert aus allein sind eine menge fabriken war geschützt von der hinsicht ein ganz großes geschützt verdammt ja genau da habe ich gemeint dann schießt die ganze zeit auf uns das hier noch nicht verrägt wenn wir die ganze zeit man weiß haben wir da gerade doch 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 ich glaube von der seite schafft man halt nicht genau in der action ja ich habe granatwerfer aufgeschossen ich versuche mal von links dahin zu gehen weil hier sind ja wo die alte basis war da sind jetzt auch neue gegen aufgetaucht das ist ja gut leider warum tut er manchmal nicht zu meinen granatwerfer weg sind ich halte die ganze zeit gedrückt aber der tut zu meinen die ganze zeit da überlebt also die sind die ganze zeit da dann müssen wir doch machen ja und von links kommt auch gegner ist ein halb der welt sehr blödes timing gerade davon linken seite ja 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 dann schnell weg aber jetzt irgendwie sehr gerade ruhiger ja 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 nein 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 schauen nicht schauen kaputt was bringt wenn wir nicht treibt doch so müssen wir auch mal da kommt ein dropship da war super gruselig sagen wir ja ist zerstört da ich noch da werden so kisten steckt er sich daran wenn ich an dem geschützt wird den blöden kopf doch mal da gibt es nicht ich krieg dir nicht getroffen haben wir es jetzt mal bald deine proben sind nicht weit entfernt hier rakete wer schießt uns mehr schützen meine proben kannst du dich auch sammeln ja ich habe schon ein weiter schnell haben wir alles erledigt da müssen wir zwei sachen erledigen genau ich dachte da wäre er war voll der ellers kurz moment ich habe aber karte geguckt mir eine klippe und da gefallen da 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 links ist noch eine festung aber lassen wir mal da ich noch nicht na da müssen wir ja machen alles kaputt da nochmal die fabrik da da das weiß ich treibt doch sie los zerstören die dinger ja was war ja nicht gerade also orbital da kommt schon wieder so ein chill typ ist klar da 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 ist ein silo oder kohlen also nicht so ist das ich habe mal keinen höllenbombe wir haben eine höllenbombe aber da sind schon wieder gegner überall einer ist mit stummer zu den kanal ich weiß nicht warum er hat manchmal nicht macht ja mach ich ja aber irgendwie tut er manchmal das ist ja und wer trifft nicht 3 minuten auch für letzte dinge ist noch ein treibschlubs depot erledigen ich mache noch den kaputt ich meine seite eine probe mann aus dem weg leute nein dieser sackgericht so viele proben ich spreche meinen panik aus wenn ich eine sehe natürlich ist auch noch eine fabrik wir müssen einfach rennen wir müssen einfach rennen außer dass ein orbital strike für das ding dann versuchen wir zu meinem vorbei cool leute schauen ich habe explosion können wir eigentlich noch schaffen zwölf minuten weil ich da hatte ist klar und da sind dabei gegner irgendwo da lang bitte keine zeit hat ein zu sammeln naja hier sind wir richtig wir machen mal das spaß mal nachschub und ich tue auch der säcke geht weg die freiheit lässt nie ich komme das war gerade abgeschossen noch mal dringen mit so einem kleinen dingen überlegen kann sind zwei silos was hat mich in der mitte dann platziert ich habe nicht dass das beide trifft wir brauchen noch mehrere hüllen um ein paar gebäude platz zu machen ja die sind ein zeit blöder tor dachte ich sofort wieder bereit danach ausgezeichnet danach war der evakuierung ist direkt hier nebenan müssen wir einfach nur sehen wo das ist ausgerechnet da steht auch 122 treibstoff sie loszustellen ok ja jetzt müssen wir auch nicht von der schlaste gelaufen was ist denn da gerade gedroppt was ah da ok da ist das evakuierendes ding da habe ich noch nie gesehen da ist gerade das ding da das signal ist da gerade gedroppt realistisch das müssen wir noch das hier berlin kein problem so bekommt er noch nicht kommen sie kommen sie alle die stehen wieder da und beschießen nicht die gucken wir uns das an und so einfach wir wollen halt nur nicht auf uns machen da könnte die vielleicht nicht direkt hier droppen aber da links sind auch welche der will gebrochen nein nein weg ich habe einen orbital ding nämlich abgeschossen wenn ich meinen orbital dingen darauf werfen wollte aber das markiert das ist tot auf dem sekunden ich kann die evakuationszone sehen ja das operation auf anspruchsfolge ja das was wir ja was geht uns die punkte das gelbe zeug und das blaue zeug ja 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 du bist mit dir selbst nicht zufrieden haben was sein aussehen und eine stimme in anpassungskamera so einfach geht das das ist auch nur so einfach wäre wie kann ich mein innerliches aussehen verbessern heute wird das licht der freiheit die himmel dieser welt noch einmal erhellen ausrüstungspaket trifft ein das war alle unsere sachen hier aber ich hatte es meine aber ich als deiner da muss ich ja nicht dauernd die karte öffnen da mal erste machen müssen das ding schon wieder hier meine drohne ist einfach der reinge hat ja vorweg geballert habe ich doch mal anschleichen und so der stand wird schon wieder warum heißt ja ich weiß nicht wieso noch ein bisschen patrouille von gegnern mein blöd ding war der hat wieder abgeschossen er wollte gerade hier verstärkung wieder hoch okay meine gute sind hier passiert okay ja 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 nein ich glaube da wartet eine horde von gegnern auf uns da sind sie auf gott warum hat er zu wege hat wow die kuppel kaputt gemacht der schweine das ist ja gar nicht so ein bunker oder irgendwo was wo mit der markierung hat man ja auch versucht eine letzte ernte einzuholen da sind alle ich habe den politen eine granate geworfen der pilot ist voll nach oben geflogen den schleudersitz ja ich bin alle raketen ausgewichten gar nichts meine probe und so kann komisch auch noch einer wegen noch fest im felsen warte granat werfer perfekt wir sind sogar naten gewesen zum aufhören über credits über credits okay es ist natürlich ja wie lange noch doch ja das ganze muss man ja machen terminal aktiver ich sollte so ein ding sparen nahtenträger ok mannähe müssen wir wieder so was machen also ist okay wo muss man reinstecken links hat er ist jetzt ja okay naja müssen wir aber nicht die gegen schleppen anschein ok dann macht weiter damit keine probe wenn ich los ja wenn ich gegner weil die gelenke von dem eingefroren hat ist ja wort ist das ja wir sind überall todeswanzen haben wir alle verschlafen ich habe nur gewartet wird irgendwas macht terminal 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 auch stimmen ja ist ein halt ich glaube dass es einhalten die sache ein bisschen erschwert dann kommt eine patrouille wo ist der terminal das war jetzt schon anfangen die türen zu ja 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 na ja ich war jetzt ich sehe auch schon eine tür oder den gegner man hat schon wieder als dinge rufen bevor ich überhaupt reagieren ich habe einige ziel gestern als ablenkung ja der sei es sind da und hat alle gerettet nein finger weg von denen hat den jahren habe eine probe zu einem türen öffnet ja ich meine auch und hier sind keine gegner entspannt zu entspannt ja ich hab dir noch mal ich habe ich habe noch mal gerufen ich war jetzt nicht extra nachschub dafür rufen ja nämlich an der nächste tür so entspannt ja ja wir sind die besten ich war gar nicht auf zum ersten mal eins gehört in dem spiel da kannst du ihm aus oder sprüche auflassen und dann hier eins gemacht ja ja gedrückt ich wusste diese position ich glaube die geht entweder irgendwann genau sagen wir zu den ganz großen roten gebieten das war ein bisschen abseits aber 25 minuten da gibt es noch andere für ich anscheinend die stimme halten ja auch nicht so viel aus müsst ihr mal triff von hinten aber erstmal haben wir uns ja auch schon gewohnt hat diese schnell drauf ging gleichsam präzisionsgewalt so stark lassen geschützt sich gerade weißt du was mit dem da weg sind andere wegen also einen dicken da in der mitte irgendwie so ein ballern zwischen den beiden gebäuden versuchen natürlich sehr gut aber gucken ja warum nicht das ding wird mich jetzt hier die ganze zeit sehen hat er geht auf dich los naja das schießt nach hier habe ich ich versuche mal dahin ich bin da nicht runter ja panzer ja ein schlechter zeitpunkt mein orbital strike einzusetzen jetzt auch ein panzer auf der linken seite weil auch da kommt er kommt von links von linken seite ich gehe da rein ich glaube das ist sicherer ja ich glaube ich glaube ja jetzt wieder noch kommt ja noch schnee weil ich guck mal auf ja ja der ist weg weiter die schlaff von hot wo seid ihr alle da einer wenn wir aus diesen schiffen gedroppt oder so wir sind hier wir können meine meine dinge im schnee sehen muss man ja machen ich versuche mal mit dem granatwerfer ja dann kriegt ok wenn man da unten gehen aber noch was die bau näher die panzer warum so wir sind da oben einer ja na ich glaube nicht sie kaputt wie sieht noch ganz aus verdammt da bewegt sich noch nicht mal ziert aber genau welche weil sie rote lichter aber man hat den werk leute nein ich sehe ich mal wieder warte ja ich habe auch wenn gar nicht das war gerade eingeschossen ich glaube wir sollten ihr weg wir müssen das ist wo ist die markierung da lang ist das verdammt aber gegner ich habe meine verstehe aber ich habe den folge lassen diese kleinen köpfigen typen ich treffe die einfach nicht also ich habe genau in den kopf eingefroren ich habe ja noch zeit haben für andere sachen und so weitergeht damit sollen ja evakuieren langsam relativ noch relativ abseits hier nein deswegen wahrscheinlich aber weil ich dann überlebe ich habe keine frau ich habe einen sprich mit ich kann aber hey wie geht es nach dem heimweg ja weg ich habe keine spritzen mehr okay ich würde nicht töten bitte nicht töten das war er war er war wenn wir kommen wir nicht mehr dazu warten zu machen also wir sagen vor weit entfernt ich bin ja noch mal auf dem weg aber ich würde darüber springen ich habe zu sie haben fast durch die band aufgehoben nein meine drohne hat hier kaputt gemacht zwei panzer geschütztürme ich hatte keine mehr übrig ich habe wohl doch oder weil ich ganz so schnell ja da habe ich mir schon gedacht wie das leuchtende dinge wie das schwach punkt ist oder irgendwie sowas wir waren wir gerade kann man da hinten hin sobald ihr bereit seid sonst noch verstärken auch laufladen nach der zeit muss das vor sich zu handhaben gekritzt auf einer bombe das war vielleicht ich ich habe auf die bombe geschossen das war so verlockend wo sind meine sachen da sind meine sachen ja ich habe deine proben weil auch gesammelt da war aber eine riesige ich weiß nicht schon weiter weg oder so also ich jedenfalls ich bin das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin instinktiv in die andere richtung laufen auf jeden fall ein kaliber von einer bombe dann schnapp ich mir ich bin voll auf den geladen hat nichts gemacht war schießt dann ab der ist mit dem rücken zu dir und dann hat er geworfen wir waren etwas zu nah an dem herr ich habe ich hätte erreicht ich weiß nicht ob ich dann erreicht habe mit dem portals runter gelandet bin ich war relativ nah an dem ich glaube nicht wo man über drei war ich habe die vieler kann ich auch im schnee so langsam bewegen wie wir woher seid ihr ja das ausgedraut bei mir dann habe ich ein quadrat mit so ein kleines quadrat da drin ja dann hat er jetzt abgeschüttet damals ja auch nicht seitdem muss meine note da kommen wir noch Was du gehört? Ne, ich glaub, das war der Schnellsturm. Boah. Hey. Ja, 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 ja. Davon nehm ich mir den Falldown auf. Was ist denn los? Kommen wir noch Gegner oder was? Ja, ich weiß. Ja, Sack. Ja, ja. Ich hab' die Gegner haben alle Pause gehabt, wir in dieser Mission. Ja, da hinten. Was denn? Was? Was? Da bin ich weg. Ja. 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 verluste für arbeit du hast mehr als ich die satten passiert auf wenn die feier schaden du 53 1602 das waren noch zeiten ich freue mich die stimme werden immer stärker die können sogar von der position darunter